Ich glaube einfach, dass wir auch weiter Dinge allein tun sollten. So hält man die Ehe lebendig. Ach, du hältst unsere Ehe lebendig, indem du keine gemeinsame Zeit verbringst? Sie haben dich in Rente geschickt gegen deinen Willen. Ich bin nicht in Rente. Ich fang gerade erst richtig an. Aber jetzt ist doch die Gelegenheit. Habt ihr keine Pläne? Ja, ja, sicher hab ich die. Dass ich einen Anteil eines Weinguts gekauft habe, namens Garten Ehe. Du hast all unsere Ersparnisse. Ein oder 13 Kronen sind noch drauf. Aber wenn man ehrlich ist, bin ich es, der es verdient hat. Wir sollten uns scheiden lassen. Es hätte viel schlimmer kommen können. Er hätte ein Motorrad kaufen können oder dich durch eine vollbusige 43-Jährige ersetzen können. Komm wieder zurück. Mama hat ihr ganzes Leben darauf gewartet, dass du nach Hause kommst. Und du dankst es ihr, indem du wegläufst. Weißt du, was ich tue, wenn ich das Gefühl habe, dass Klaus und ich uns auseinander bewegen? Ich schicke ihm so ein Bild. Was trägst du denn da? Das ist burlesque. Zwinker, smiley. Das ist ein gutes Zeichen. Papa, legst du beim Essen bitte das Handy weg? Peter hat ein Dating-Profil. Dann führen Sie all Ihre Ladies hierhin aus. Sie sind die Erste. Was sagen Sie alle? Mich interessiert das nicht mehr. Ich gucke lieber Fernsehen. Küss mich. Ich habe nur meine Fitness eines 60-Jährigen. Ja. Hör endlich mal damit auf, dir den Arsch nachtragen zu lassen. Ich sehe das anders. Könnt ihr mich nicht mal wie Erwachsene benehmen? Du kannst dir das weiter einreden, dich auf einen Stuhl setzen, die Wand anstarren und alt werden. Aber dann bist du in fünf Minuten tot. Glaubst du, ich habe so viel Glück? Glaubst du, ich habe so viel Glück? Glaubst du, ich habe so viel Glück?